Dein Inselgefühl. Radio Primavera. Radio Primavera. Und jetzt hört ihr Prima Morgen, die Adi Lippert Show. Auf Radio Primavera, Gran Canaria. Hallo und guten Morgen, ihr Lieben. Hi, also das ist der erste Montag in diesem Monat, Mai. Ich hoffe, ihr habt alle gut in den Mai getanzt, fühlt euch wohl und fit. Ich wünsche euch heute einen schönen Wochenanfang und viel Spaß bei Radio Primavera, Gran Canaria. Was es heute an Themen gibt, weiß ich noch nicht. Aber eins weiß ich, gute Musik gibt es ja sowieso. Ich freue mich auf euch und schaltet ein. Radio Primavera, Gran Canaria. Bis gleich. Ciao. Ciao.